Ja, zweite Woche, zweiter Tag, wir sind wieder bei der OMRIKON. Heute arbeiten wir am Projekt weiter und ich bin gespannt. Noch funktioniert nicht alles so, wie es funktionieren sollte. Hoffentlich bald und ich hoffe, ihr bleibt dabei. Bis nachher. Ja, Servus, Tag 7 vom Codebasecamp ist jetzt schon vorbei. Wir haben heute wieder Dienstag. Ich sehe gerade vom AH, wir haben hier gleich das Ausreisegespräch. Das ist das letzte Gespräch in Vorarlberg, das ich hier mit Vorarlbergern habe, wo es dann darum geht, was genau ist alles bei der Versicherung dabei und, 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 und noch vieles mehr. Den Rest werde ich jetzt gleich hier im AH erfahren. Ich warte jetzt noch auf Stefanie, bis sie mir die Tür aufmacht und ich würde sagen, wir treffen uns gleich drinnen wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. So, Servus, Leute. Ja, ich bin gerade hier am Bahnhof in Dornbirn noch. Ich bin gerade fertig mit dem Ausreisegespräch. Es ging eigentlich hauptsächlich darum, so, was ist Versicherung, oder was ist bei der Versicherung dabei, wie funktioniert das gescheit. Dann ging es darum, äh, blablabla, blablabla, eine Checklist, was haben wir alles dabei, was müssen wir noch regeln. Und, äh, was war es noch mal, genau, äh, Okay, irgendwelche Leute brüllen über Vlogger YouTube. Tja, ähm, genau. Versicherung, Checklist, äh, was wir vielleicht mit der Organisation erklären müssen, uns Activity Agreement noch mal durchgenommen. Und das ist eigentlich das, was wir in den letzten eineinhalb Stunden gemacht haben. Und das ist eigentlich das, was wir in den letzten Jahren erklären müssen, Und das ist eigentlich das, was wir in den letzten Jahren erklären müssen, Bu-bu-bu-bu-berp.